Ihr anderen habt das Makro sicher schon, sonst hättet ihr euch ja gemeldet. Ich hab das nicht gemacht, muss ich das auch machen? Du hast gesagt, die Nahkämpfer sollen das. Ich mein, du kannst es machen, und du musst es ja nicht immer benutzen. Du kannst dir deine Ziele als Caster auch selber picken. Du musst ja auch Nearside verteilen und sowas. Nein, nein, lass das machen, also schon. Na gut. Rosebacke, immer wenn du siehst, dass unser Doytran zum Beispiel irgendwie angegriffen wird, dann musst du den auf jeden Fall stunnen oder was du alles so kannst. Oder metzen kannst du ja auch. Also nicht den Doytran, ja? Nee, nee, den natürlich nicht. Aber kannst du ja eh nicht. So hat das jetzt geklappt mit dem Makro, ich geb nochmal den Befehl. Ja, hat geklappt. Alles klar. Gut, ich wähl jetzt mal irgendwas aus. Warte, bis die, ja gut, die anderen wollen ja auch noch. Ja, dann wähl ich nochmal was aus, das kann ich. Wollte nur wissen, ob Frage jetzt dasselbe Ziel hat wie ich. Warte, ich mach mir auch. Ja, das ist es, ganz genau. Wenn die anderen soweit sind, suche ich nochmal eins aus und dann... So, jetzt hab ich hier auch das Makro-Ding. Leg mir das da drauf und wenn ich draufdrücke, kriege ich Molvik faste Tower. Hat Bälle im Target. Und was hab ich jetzt im Target? Im Combat-Ding steht dann auch U-Assist-Bälle. Jetzt hast du Velaria. Ja. Also Brausebacke, bei dir hat's eindeutig nicht geklappt. Ich schreib nochmal in den Gruppenchat. Das muss da stehen. Ja, das hab ich auch gerade geschrieben. Aber offensichtlich nicht. Du hast den zweiten Schrägstrich, glaub ich, nicht gemacht. Ich habe beide Schrägstriche gehabt. Aber sollten wir nicht auch parallel ein bisschen schützen? Das hat mit Schützen nix zu tun. Das gibt euch nur das Ziel, was Bälle gerade angewählt hat. Ihr seht dann, was weiß wird für ein Schild. Beziehungsweise ihr seht auch da unten drin, was hab ich angewählt. Dann geht ihr auf das gleiche Ziel. Zum Beispiel, indem ihr Stick macht. Der Teemo hält nicht... Der Deutern hält nicht viel davon. Aber ich finde, es ist immer noch eine Möglichkeit, um an den gleichen Feind zu kommen. Gut. Deswegen hab ich die Stick-Taste ja... Also ich hab jetzt hier den da und dann komm ich ziemlich nah an den dran. Oder... Deutschland. Wie sieht's aus? Hallo, Deutschland. Da hat vorne der Schrägstrich gefehlt. Also ein kleiner Tipp, wie ihr das einzugeben habt. Ihr drückt Enter. Dann gebt ihr als erstes einen Schrägstrich ein. Und dann halt der Rest, der da steht. Makro, Assist und so weiter. Ist denn zwischen den beiden Assists und dem Schrägstrich eine Lücke, oder? Ne, hinter... Hinter einem Schrägstrich ist nie eine Lücke. Einmal ist vorne ein Schrägstrich eine Lücke. Ja, das wollte ich wissen. So, Assist... Hallo, hat das bei dir schon geklappt? Also ich hab hier so ein Assist-Makro, ja? Pass auf. Drück mal da drauf und sag mir, was ich angewählt hab. BELDE. You say BELDE. Kommt bei mir am Target. Ja, dann hast du es auch falsch geschrieben. Was auf der Mama ist noch... Moment, in deinem Zielfenster, was du angewählt hast. Nicht, was jetzt im Chat steht. Was hast du als Ziel angewählt? Oh. Oh. Alle mal raus, kurz? Nein, drinnen bleiben. Oh, ich bin... Jetzt bin ich grad auch am Schreiben, deswegen kann ich nicht heilen. Super. Da kam gerade so ein Kriecher, äh, Kriecher, so ein Schleicher, weißt du? So getarnter Affe. Aber das Makro funktioniert. Wenn du auf Assist drückst, hast du was im Target. So, ich drück, äh... BELDE, hast du irgendwas angewählt? Ja, du kannst jetzt Assist drücken und dann müsstest du mein Ziel haben. BELDE. Ne. Bei mir steht You say BELDE. Was hast du im Target? Gar nichts, ne? Bei dir funktioniert's auch nicht. Ich schreib's nochmal in den Gruppenchat. Und ich sag nochmal, wie's geht. Drück mal die Enter-Taste, Uli. So. Enter. Dann kommt da... Schrägstrich. Dann mal... Nein, dann... nicht say. Nicht say. Nur Enter. Dann Schrägstrich. So, jetzt nochmal. Ich drücke Enter. Ja. Einmal say muss da doch stehen. Es darf nicht zweimal da say stehen, oder? Nein. Geht da überhaupt nicht. Guck mal, das was im Gruppenchat bei mir zwischen den Gänsefüßchen steht. Genau das, was zwischen den Gänsefüßchen steht. Aber ohne die Gänsefüßchen selber. Ich muss Group angehabt haben, ja? Nein, ist egal. Okay, jetzt geb ich nochmal ein. Schrägstrich. Enter hast du gemacht, ne? Ja, sonst könnte ich ja nicht schreiben. Und keine Lücke oder sowas, sondern direkt als erstes der Schrägstrich. Agro. Lücke. Lücke. Assist. Lücke. Assist. Lücke. Rechstrich. Ohne Lücke. Richtig. Assist. Ja, das wird wieder ein super spannendes Video. Lücke. Felde. Bei mir geht's. Felde. Bravo. Enter. So, jetzt. Hast du an Mauszeiger so ein Icon dran? Nein, hab ich nicht. Boah. Einen Moment mal. Das, äh... Ich muss mal kurz, äh... Rech. Bin sofort da. Tja. Ähm, Brausebacke, wie sieht das bei dir aus? Bei mir geht alles. Bei dir geht's super. Ja, wenn's euch langweilig ist, liebe Zuschauer, ihr könnt ja einfach das Video vorspulen. Oder einfach böse Kommentare schreiben. Oder euch überlegen, ob das bei euch besser klappen würde. Hehehehe. Hehehehe. Kommen wir, geh mal vor der Tür und dauern ein paar Uhr. Ja, ein bisschen mal gucken, auf jeden Fall. Was läuft da hinten? Ein Nortenmann. Komm, den schnappen wir uns. Sprint an. Der ist fast down. Kennen wir nix. Links kommt noch was. Noch ein Nortenmann. Der ist heiler. Kommen auch raus. Und der hat mich instant gestunnt, weil er nämlich ein Skalde ist. Ja, dann, äh, macht mal irgendwas gegen den bösen Skalden. Was ist er denn, der wilde Skalde? Ach, da ist ja alles klar. Entweder abgezogen, oder... Haben denn jetzt alle das mit dem Makro hingekriegt? Hanok, hast du jetzt ein Makro? Ja. Ich hab das jedenfalls mit dem Nortenmann hingekriegt. Wunderbar. Wenn ihr alle das Makro habt und es funktioniert, dann kommt mal vor den Turm. Dann können wir endlich weiter. Achtung, Ink. Hanok, du läufst grad in Ink rein. Ja, aber Paralan ist auch da. Wir müssen schützen. Wir sind genau nordwestlich vom Turm. Nordwestlich vom Turm. Warum seid ihr denn nicht an den Turm gerannt? Ja, weil ich mich jetzt nicht alleine lassen wollte. Wir werden jetzt wahrscheinlich elendig sterben. Ja, mir ziehe ich auch. Jawohl. Ah, ist schon wieder instant rab drauf. Brause, aber bis dann den mal. Bis dann den mal bitte. Ja, was nicht. Meine Herren. Aber einer unserer Gefährten war in Gefahr und wir mussten mal helfen. Geht doch mal raus. Ja, aber wenn ich sag, lauft zum Turm, dann lauft ihr bitte zum Turm. Das warst nur du, der hier draußen war, ne? Ich bin dummerweise hinterher gelaufen. Ich bin also auch so lieb. Jawohl. Release bitte. Bin... äh... Ich kann auf jeden Fall ne Quest abgeben, das ist ja schon mal was. Kann doch nicht mal releasen. Ah, jetzt. Und dann treffen wir uns wieder draußen vor dem Tor. Das sind alles... ne, da ist auch ein Nordi. Kobold habe ich hier vor mir. Ja, wenn ihr schnell kommt, können wir noch welche kühlen da vorne. Wir müssen ja sowieso Sickness abwarten. Ah ja. Deswegen habe ich dann immer das Open-Fenster auf, damit ich es sehen kann. Und dann... So, alle wieder gesund. Sticken, sprinten, Attacke. Die werden natürlich... Dieses, äh... Oh, links ist was? Ja, 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 ja. Das sind Tipps. Einzelner Nordi, äh... Nicht nochmal. Kann die andere Gruppe machen. Laufen mal oben entlang und gucken dann von oben, was im Tal die Alps so treiben. Vielleicht ist das ja was, was man mitnehmen kann. Äh... Hanno hat, glaube ich, noch T gedrückt. Ich glaube, der leuchtet. Achso, Fackeln. Ja, die müsst ihr bitte ausmachen. Wir sind ja wieder im Feindesland. Auf! Ich hab euch irgendwie verloren. Aber ich bin jetzt auch auf. Ihr seid tot. Äh, wo bist du denn? Genau. Richtung Turm. Lauf in den Turm rein, wenn du hinkommst. Ich hab schon ein Zeichen über dem Kopf. Ich kann mich nicht bewegen. Ja... Ach, äh... Müssen wir das eigentlich den Feinden immer noch leichter machen? Ob wir es sowieso schon so schwer tun? Jetzt hab ich hier immer die... Ah... So, komm. Stunnen. Stunnen, bitte. Stunnen. Brausebacke, das ist dein Job. Fargo, du kannst releasen. Wir haben dich aber gerecht. Wir haben dich aber gerecht. Wir haben dich aber gerecht. Ja, ein bisschen langs... Ich werd mir Mühe geben. Ich hab aber das Gefühl, wenn ich noch langsamer mache, laufen wir rückwärts. Achtung! Muss auf. Ah ne, okay. Ich dachte, das wär so'n dicker Troll, aber... Ey, ich hab... Ey, von hinten, von hinten! Hallo! Ja, ja, ja. Komm hier. Da ist noch ein Kobold Richtung, äh, Süden. Und da kommt noch ein Zwerg. Ich versuche zu den Zwerg zu kommen. Kaum zu glauben, mein Menz ist rausgegangen. Was ist kaputt? Ja, gut. Achtung, da oben noch! Ach, am Wasser ist noch... Noch ein Kobold Hanok hat ihn ganz alleine. Sehr schön. Ja, fast! Ähm, Frago, hast du... Bitte releasen! Bitte releasen, Frago! Jo, ich hatte kein Matten, aber immerhin klappt der gleiche Befehl wie bei Warhammer hier auch. Ja. Kommt ja vom gleichen Verein. Ist da noch mehr Ink? Ne, oder? Egal, erstmal Frago abholen. Ja, gleich. Fargo, wir stehen bereit vor der Tür für dich. Gut, der ist einfach raus. Wir stehen zu Moni, Moni. Noni! Das ist einfach auf dem anderen Weg. Wir stehen zu Moni! Ja, heute ist ja Fußball, ne? England gegen Italien, wenn ich mich nicht irre. Ja, zeigt sich, wer unser Gegner sein wird. Ja, Brausebacke. Sprint an. Nach dieser Runde, mhm, brauche ich mal eine kleine Pause, bitte. Gut, Pause nach dieser Runde. Ist das bei uns? Und wenn ihr Sticklost habt oder sonst wie von der Gruppe entfernt seid, bitte sofort ansagen. Sticklost? Ich gehe hier vom Baum, komischerweise. Na, seid ihr? Ja. Aha, da unten ist ein bisschen Action, wenn jetzt hier oben nichts ist. Doch, da oben ist auch was. Ein Highlander. Guck mal, ob wir die kriegen. Trennen? Na, die entfischen uns, glaube ich. Ah, hinter die Kante geflitzt, der Feichling. Wieder hoch, bitte. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Nicht wunden kämpfen, hoch. Nicht wunden kämpfen, hoch. Okay, 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 okay. Ich versuch's. Ich bin, äh, äh... Demets kommt. Ja, jetzt ist der letzte. Ja. Der da, der müsste schon längst tot sein. Welcher der da? Ja, die einzige, der hier oben steht. Baralan, kriegst Demets. Jetzt ist hier noch irgendwo... Ich hör doch die Pfeile. Von wo kommen die? So, jetzt los. Alle hoch die Kante. Ja, ich kann nicht mehr. Über die Kante hoch. Ich kann nicht. Was seid ihr denn alle da unten? Weil wir immer runtergeflogen sind und runtergezogen. So, letzten Fall aber hier oben. Ja, aber ihr seid doch die Herren eurer Steuerung. Kommt doch niemand vorbei und drückt für euch die Taten. Nicht wahr? Naja, ich hab ja ein paar Paus. Es zählt auch noch jemand. Sprint an, Leichen releasen, wir holen euch am Keep ab. Ja, also heute ist echt der Wurm drin. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ach, gleich bin ich entspannter nach der Pause und dann läuft das wieder besser. Passt mal auf. Ja, du musst auch ansagen. Ich hör immer von dir keine Ansagen. Aber das bilde ich mir wahrscheinlich ein. So, ihr könnt schon wieder was abgeben und ich mache jetzt ganz kurz Pause, wie angekündigt. Okay, dann machen wir jetzt Pause. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.